der neuen Generation von Angehörigen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland fort. Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 110. Geburtstages Lenins kämpft die Kompanie Tschuburov um den besten Titel. 60% der jungen Mordschützen wollen als Einzelbester ausgezeichnet werden. Da heißt es, die Ausbildungszeit effektiv nutzen und nach hohen technischen und taktischen Kenntnissen streben. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Schießausbildung. Ihre Verpflichtung Treffen mit dem ersten Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig! Fertig, auf Rettung! Alles gut! Neim Land! Hopped auf! Alle z Nano! Fertig! 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 URRA! ORAI! ORAI!